Ah, da kommt ja so einer Ich bin ein bisschen langsam A little bitch Suche in den grünen Minikarte, Mission, Ziel Aber wir müssen wahrscheinlich jetzt da hoch Alter, das ist eine Baumhäuschstadt, glaube ich Ah, ich gehe mal hier hoch Nein! Ich bin zuerst da Mal gucken, was es hier so auf den Baumhäusern gibt Ich hoffe, irgendwas Gutes Ja, hoffentlich Ja, wir müssen ja die eine Person da retten Ja, vielleicht gibt es auch Schusswaffen, das wäre schön Boah, das wäre sowas von klasse Am besten so ein Sniper von hier oben, ey Zagen, zagen Was ist das? Wurfmesser Oh, die kann ich gut gebrauchen, weil ich bin nämlich der Werfahr hier aus unserem Team Erstmal ein bisschen was essen Brief an Maggie Ah, ich habe einen Brief gefunden Brief an Maggie und das war doch unsere Auftraggeberin Ah, du hast ihn genommen Gut, ich nehme auch mal hier Wurfmesser Oh, cool, Wurfmesser Ich habe einen Bauplan Und ein bisschen Ja, ich auch Oh, da redet jemand Ah, jetzt schon Suche nach dem Lager im Westen Warte, wir müssen mal kurz gucken Wo ist das Lager? Hä? Scheiße Was ist? Da kommt ein Mensch hoch Da kommt ein Gegner hoch Oder irgendwas Vorsichtig Hä? Oh, hast du doch einen anderen Mitspieler eingeschaltet Dass sich einer mit hier reingemacht hat Das wäre jetzt scheiße, ne? Ja, weißt du was? Dann mache ich mal eine Aufnahmepause Und dann mache ich mal eben die Plätze alle, ne? Genau, weil guck mal, da unten ist einer Das ist ein Fremder Ja, dann bis nachher So, da sind wir wieder Genau, wieder nach einer kleinen Panne Da war halt ein Ingolkin Keine Ahnung, irgendein Player Der, äh, wir hatten Leider unser bei Steam Oder beide im Spiel Hatten wir öffentliche Plätze eingeschaltet Und dann kam halt dann Einer hier rein Zu dumm Du wolltest mal mit uns mitspielen Echt, jetzt, komm, dann gehen wir mal runter Ich fand das Ich hab mich erschrickt Dings, wo ein Gegner jetzt auf einmal Hä, wie gehst du denn hier runter? Ich kann hier gar nicht Ah doch Ah! Was ist? Ich bin die Leiter runtergefallen Und ich renne jetzt mal eben Weil da ist eine Tussi Die rennt gleich auf mich zu Ja, komm her Und Pax Ah, scheiße Ich wollte jetzt gerade das Dings machen Das Springen Und dann auf den Kopf springen Genau, okay Jetzt müssen wir noch mal Ich guck noch mal auf die Karte jetzt Jetzt ist mir ein bisschen Ah, ah, ah Date der Ingolkin wenigst Ist eine Gastrolle im Let's Play Genau Eine kurze zwar Ja, aber Sehr kurz Das sieht so geil aus Du hier hoch Musst du mir auch mal nachher gucken Wenn ich das mache Irgendwann mal Sieht aus, ob es echt die Nee Okay Uh, da sind Zombies da oben bestimmt Ich höre irgendwas Ich hab mich echt gedacht Wieso ist da jetzt auf einmal so ein Fritze Bei uns Das gibt's ja gar nicht Das darf eigentlich gar nicht sein Ach, komm her Bist du tot? Ja, der ist tot Der ist tot Der ist tot gemacht worden Hä? Ich wollte schon sagen Ich tritt rauf Du trittst rauf? Ja Oh, was hat der denn da? Ein Stochmesser? Wieso nimmst du denn eigentlich immer meine Sachen weg, Alter? Ich hatte Du hast da auch nochmal Nein Aber das kannst du ruhig behalten jetzt Geil, ey Die sieht ja cool aus, die Brücke Was ist das denn da drüben? Gleich nicht mehr Ach, weiß ich nicht Gut, endet im Wasser Jetzt rennen die so schnell meine Ausdauer Achso Die ist leider im Wasser Die ist kaputt gegangen Oder? Warum muss das so sein? Warum muss die Hängebrücke so sein? Oh Irgendwie sind wir im Wasser, ne? Ja, wir müssen wieder da lang, ey Aber lass uns doch mal nach dem Boot irgendwie umschauen, oder? Warte mal gucken Ich gucke mal auf die Karte Äh, Peter Spiles Hütte Bringt Hustons Schmerz Ah, da, warte mal Da ist es doch mit Schmerztabletten Das ist hier Echt? Ja, wirklich Hä, hab ich denn jetzt gemacht, ey Ingo Viva, gehen wir da lang Aha Wir müssen irgendwo Schmerztabletten Da auf dem Ding, hier oben Wir müssen nochmal hochkommen Nee, hier ist nichts Wir müssen irgendwo die Hä, cool, ey Achso, das ist so ein kleines Haus, wo man sich bücken muss, okay? Wir bist denn da hochgekommen Ich bin da nicht oben Ach, du bist auch noch nicht oben Wir müssen aber nach da oben Oh, Alter, hier ist eine Leine Wo? Am Mausenrand Ist das ein Zombie? Ah Ja, stimmt Oh mein Gott, ist das ein dickes Ding Oh mein Gott So, das ist geil, Oste, 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 Spass, ey Alter, die kommen hier hoch Oh ja, da Ja, ich guck Ich geh mal noch mal einen weiter nach oben Schon mal Ja, tut mir leid, hier sind Zombies Das schlapp um sich Den hätte du auch mal übernehmen können, ne? Ach, warte mal Ich glaub hier Nee, ist Geld Bleiche Hör mal, da gibt's Essen Deodorant Postkarte Oh, sehr schön Ja, warte, ich will auch mal mit hoch Ah, das sind die Schmerztabletten Ich will ja auch mal mit hoch Während du dich vorm Kampf drückst Und du dich wunderst Wieso ich mal ein Level aufsteige Bin ich zu Gange Genau Ich bin mehr so der Erkunder Mhm Gut, also Schmerztabletten einmal hab ich Ich weiß jetzt nicht, ob die Mission dadurch Jetzt schon erfüllt ist, so ein bisschen Auf jeden Fall da, wo eine weiße Hand war So eine komische Da gab's Schmerztabletten Das haben wir jetzt da gefunden Lass uns mal In welche Richtung zu mir gehen Da hinten Durchs Wasser müssen wir wieder Ja Yippie jayay Neu Eine Waffe ist schon wieder fast Schrott bei mir Oder ist Schrott Also Boah Alter, jetzt komm Vollkonfrontation So, der ist auch Arsch Da hinten, komm wieder Da hinten, komm wieder Nein, der ist noch nicht kaputt Ist doch egal Was ist eigentlich immer für ein Zeichen Wenn du mit der Waffe was machst Und dann so ein Verbotsschild Ist das Verbotsschild? Nein, das ist, weil die kaputt geht, die Waffe Ah Das ist auch, glaub ich, ein neuer Okay, dann wechsle ich mal Weil die so langsam dann Ah, okay Den Geist aufgibt Ich wollte schon sagen, ne Oh, komm Das ist noch Schneller Wie schneller als ich Hat die gerade auch mal Dir so gegurgelt Ne So Wow, das sieht aber Krass aus Ja Und Was schon mal vor Jetzt werden noch wilde Tiere hier Nicht nur Zombies Schauen aus Ein paar wilde Viecher Okay, da Wir haben es auf jeden Fall Da ist irgendwo ein Boot gleich Sag mal, hast du eine Autoantenne? Warum? In der Hand Äh, ne, ein Schlagstock Das soll ein Schlagstock sein? Oh, jetzt fängt es an zu regnen Ja, das heißt schon mal was Gutes, ne Also hier brauchen wir nicht lang gehen Oh Gott, jetzt Da ist eine Leane, da ist eine Leane Ja, wir müssen mal kurz einmal schauen Ja, und er will noch weiter durchs Wasser gehen Typisch Boah, scheiße, ich seh das gar nicht Aha, aha, aha Ja gut, wir können da meinetwegen hoch Aber wir kommen dann nur noch nach unten Wir müssen was da weiter Da kommt gleich ein Boot da hinten Okay Erstmal kommen dann wieder Wasserleichen Bis zum Gegner mehr, danke Alter, ist das kacke Wenn die Sonne Oh, oh, ich hör irgendwo was Den ist da hinten Du hast den jetzt kaputt gemacht Da ist das Boot, da ist ein Boot Soll ich fahren, oder soll ich Äh, fahr du lieber, du hast das letzte Mal hinbekommen Das stimmt Wieso kann man hier keine Schütze drauf Boah, das wäre geil Das wäre mal Das wäre klasse So, jetzt müssen wir nur gucken Wo wir langen müssen, ey Achso, ja Weil, äh Ja, warte mal Ja, Karteöffnung ist hier im Boot irgendwie ein bisschen blöd Weil die ziehen ja einen raus, die Zombies Ähm Oh, hier ist ein Zeltplatz Scheiße Der ist auf dem Boot Der ist auf dem Boot Scheiße Dankeschön Ja, ein bisschen schneller machen Du bist rausgefallen Ja, ich wurde rausgezogen, weil du Irgendwo gelenkt hast Ja, toll, bin tot Ah, noch nicht schlimm Na gut Das wäre so ein Survival-Game, so ein richtiges Wo bist du denn? Oh, ein Baumhaus Oh, welchen Baumhaus? Da ganz hin? Nochmal Ich sehe dich Du bist gerade unter dem Baumhaus Okay Und hier ist es sicher Ich würde mal hier hochkommen erstmal Ja, wo? Ach, da Ich wollte gerade schon sagen, ey Du bist jetzt nur im Kreis gefahren Ja Nee Nein, nein, das ist ein anderes Baumhaus Okay Warte mal Ich will mal auf die Karte gucken Äh Ja, wir müssen Um den Zeltplatz Wenn das der Zeltplatz ist Und dann Das ist da Ja, warte mal Ach, Alkohol habe ich jetzt nur genommen Boah, fast rund Wir können ja auf die drauf springen, ne? Mit F Okay Boah Aber warum geht es bei mir jetzt nicht? Ich bin einfach zu gut gewesen Hat doch bei mir jetzt auch funktioniert Boah, Zeitlupe, ey Alles nehmen, alles nehmen, alles nehmen, alles nehmen Ja Bevor sich immer wieder alles schnappt Hehehe Schnell weg Hahaha Alles wegnehmen, weg, will ich wegnehmen So Okay, äh, wir müssen jetzt nochmal gucken, ey Okay, hier sind wir Aber ich glaube Wir müssen einfach nur noch durchs Da her Wo bist du eigentlich? Ich bin da Hier Ach da Okay Wir müssen eigentlich nur da geradeaus laufen Und dann hier her Und dann kommt da so ein komisches Weiß ich nicht So ein Fleck ist das Also Irgendwie so, ne? Naja So, aber wenn wir jetzt da her laufen Dann gehen wir wieder auf die Insel Ja, und voll falsch Scheiße, scheiße, scheiße Oh, 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 oh Mich hat es glaube ich gleich Oh, oh, wo denn? Von wo? Ach, von da Scheiße Mal Messer nehmen Ich bin gleich tot Ich bin gleich tot Ja, was ich glatt auch Zack, einer Fresse Also Messer ist richtig scheiße Hab ich festgestellt Oh, hinter dir Ja, hab ich auch noch mehr Ähm Ich würde ja eigentlich gerne zu dem Zeltplatz da hochgehen Ja, ich auch mal Aber es ist ein Schläger da oben Ja, kein Problem Ne, ist kein Schläger Ne Der hat auf jeden Fall ein Messer in der Hand Musst du aufpassen Ja, das lohnt Nachschön Boah, schlimm Ein auf die Fresse gegeben Ich guck mal kurz nach zu trinken Boah, jetzt bin ich schon wieder jungen Ganz ehrlich, eh Das ist doch Ich geh mal ins Auto rein Ich versteck mich da so lange Okay